Es ist schon eine Weile her, dass wir das letzte Mal eine FNAF Try Not To Laugh Challenge hatten. Aber ich glaube, es ist mal wieder an der Zeit. Deswegen habe ich ja wieder eine ultra lustige Try Not To Laugh Challenge rausgesucht. Ihr wisst, wie das läuft, Leute. Na, nicht lachen. Am Ende vom Video in die Kommentare schreiben, ob ihr es durchgeschafft habt oder nicht. Und wenn ihr noch mehr Reactions von mir sehen wollt, Leute, ist mein Reaction-Kanal in der Beschreibung verlinkt. Da kommen nämlich alle Reactions, die nichts mit Games zu tun haben. Da schauen wir zum Beispiel 7 vs. Wild und andere coole YouTube-Serien. Deswegen schaut auf jeden Fall vorbei, lasst ein Abo da. Und jetzt viel Spaß mit der Try Not To Laugh Challenge. Strengt euch an. Okay, Leute, wir haben hier natürlich eine Security Breach Edition Try Not To Laugh Challenge. Wir starten direkt rein mit Glamrock Freddy. Und wenn ihr... Ihr wisst, wie es läuft, Leute. Auf jeden Fall nicht lachen. Lasst einen Daumen nach oben da, Leute. Kanal abonnieren. Okay, er sagt einfach, ey, sie sind achtmal zu schwer. Sie sind einfach dick. Einfach zu dem Blob. Big Chunker-Status. Ihm geht's gar nicht gut. The Blob is dead. Ey, aber lass uns mal kurz drüber sprechen. Das ist wirklich seit langem endlich mal wieder eine lustige Try Not To Laugh Challenge. Hier sind oft wirklich schlechte Clips drin, aber die sind gut. Aber nein. Moondrop. Oder Moon, wie auch immer. What the heck? What is this place? Where am I? Where am I? Where am I? You are the best. Nein. Dieser Punch von Monty macht mich immer fertig. Den Clip haben wir schon ein paar Mal gesehen, aber er killt mich jedes Mal. What are you looking at? Honestly? Your weird dead eyes. They are weird. Oder? Super weird. So funny. Careful, Mick. Don't look him directly in the mandibles. Ha, Goofy. It's just a little spider. Oh, Roxy, richtig am Schnarchen. Brutal am Schnarchen. Gregory kommt zu Besuch. Was klaut er? Eine Schere? Er hat ihre Haare abgeschnitten. DJ Music Man ist auch on the road, Leute. Let's go. Was geht hier ab? Oh, Gregory hat wieder irgendwelche Pläne. Oh, er hat Monty gefahren. Oh, was hat er vor? Oh, oh. Oh, oh, das sieht nicht gut aus. Oh, Venni ist auch da. Hi. Oh, die beiden haben sich teleportiert. Sie sind in der Playtime Corporation, so wie das aussieht. Mommy Longlegs ist da. Er zieht den Hebel. Gregory zieht den... ...hebel und jagt... ...jagt Mommy Longlegs da durch. Monty kann es nicht fassen. Monty kann es nicht fassen. Monty kann es gar nicht fassen. No matter how many times you guys tagged me in this trend, I am not doing it. Mm-hmm. How's it going there? Got a bucket of chicken. Tony, what are you doing? Oh, Chicken. What's the matter? You freaking stupid? Oh, Chica ist richtig sauer, weil er Chicken is. Peter. It's trouble now. Ah, Crap. Das sah ungesund aus. Aber heute extrem viele Gregory Clips. Was gräbt... Was macht er denn da für Experimente? Monty ist auch wieder dabei. Alles im Stil wie von so einem Oldschool-Cartoon. Oh, er trinkt's. Das kann nicht gesund gewesen sein. Oh, er wächst. Wieso wächst er so sehr? Oh, er wächst er und dann wird er klein. Das ist... Oh, süßer. War aber ein süßer, Monty. Den würde ich gerne als Haustier halten, eigentlich. Let's go get him in 3, 2, 1. Alter. Funtime Freddy hat mies einen reingekriegt. Good stuff. I will treasure. Er hat richtig einen Punch abbekommen. Oh, Huggy Wuggy. Oh, Huggy Wuggy. Huggy Wuggy? Chica? Pizza. Oh, oh. Oh. Oh, nein. Ihr habt gelacht. Huggy hat richtig Angst vor Chica. Oh, no. Oh, ha. Was ist mit Chica los? Alter. Oh, Backe. Ich hätte auch Angst. Oh. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Don't start that. Come on now. Yes. Okay, so are you ready? I just want to be friends. That's all I want to be. I want to be friends. Speedy und Freddy? Yes. Okay, we friends now? No. Let's go. Let's go. Jetzt kann ich lachen. Jetzt ist eh egal. Mami Longlegs ist schon wieder... Oh, sauer. Huggy Wuggy ist auch da. Chica ist am Essen. Kissy Missy hat Chica abgelenkt. Let's go. Oh, Gregory? Poppy ist auch böse. Hä? Freddy mit einer Roxy-Frisur? WTF? Oh, Gregory hat... Poppy gefangen. Oder überrascht, besser gesagt. Und jetzt zieht er den... Oh, was passiert denn jetzt? Oh. Er hat sie alle weg teleportiert. What? Oh, no. Oh, Squid Game. Ah, die wurden zu Squid Game teleportiert? Und müssen sie es da jetzt irgendwie durch die ganzen Games schaffen? Ey, das ist krass. Oh. Okay. Amogus. Kommen die jetzt zurück? Nee, die teleportieren sich. Oh, nein. Sie haben sich... Sie haben sich selber in Squid Game teleportiert. Ach, come on. Was macht der denn jetzt? So schlau ist Gregory doch gar nicht. Oder? Oh. Hat er sie gehackt? Oh, no. Oh. Oh. Buff, Helpy. Helpy ist zu stark. Oh, Pizza. Pizza. Nichts. 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 Ich wiederhole. Nichts ist stärker als Chica und Pizza in Kombination. Alle teleportieren sich zurück. Oder? Oh, Mann, ey. Was machen die denn da? Roxy hat richtig... ...richtig miese Haare gehabt. Freddy hatte dafür schöne Haare. Die von Roxy. I am the best. Roxy, are you talking to yourself? Huh? Is my arcade game talking to me? Uh, no. I'm a guest here. Listen. While you were sleeping, I decided to sneak in here. But I heard movement and chose to hide behind your arcade game. Kid, that's not a safe place for you to be right now. Roxy ist freundlich zu Gregory. Wieso? Und Bernd... Berndtrap wurde in die Luft gejagt. Let's go. Was machen... So, basically, I think... Ho, 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 ho. Let's go. Wer ist das? Michael! Oh! Die beiden fighten jetzt? Okay, I think that's gonna work. Let's try. Er hat das Teleportal repariert, oder was? Jo, Mommy Longlegs ist jetzt... Amogus. 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 Oh, no. Wird sie ejected? Ja. Ha! Ha! Mommy was not the imposter. Oh, aber sie hat ihr Teleportationsgerät. Oh, oh. Oh, doch. Es hat funktioniert. I swear I'm doing my best. Amogus. Let's go. Okay, Leute. Das war wieder eine FNAF Try Not To Laugh Challenge. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr gelacht habt oder nicht. Ob ihr es vielleicht gut fandet oder schlecht. Und checkt, wie gesagt, auf jeden Fall den Reaction-Kanal aus, um die neue Folge von Seven versus Wild zu sehen und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut und bis dahin.